Jawohl, und da sind wir auch wieder zu der nächsten Folge von Thoman Online. Die letzte Folge war ja, dass wir die Ruinen hier erkunden. Wir sind auch ein Stück weiter bin ich gelaufen. Wir waren ja vorne, wir können ja hier einmal durchgehen. Ihr seht es ja, wir waren wirklich nur 5, 6 Meter weiter. Wir standen hier ungefähr vorne, da wo der Gargoy steht. Ich bin gerade eben weitergelaufen hier durch, um dann dementsprechend weiterzumachen. Und hier sehen wir uns auch unsere Quest schon. Da gucken wir dann mal, was die guten Damen und Herren von uns wollen. Da braucht auf jeden Fall jemand Hilfe. Ja, someone is being attacked by Goblins. Let's go safe. Die XP, die lassen wir uns nicht entgehen. Hat sich sogar gereimt. Even battle. So. Boom. Zap. Da ist einer tot. Hatte mal, stand da nicht Level 101 gerade? Evasion. Boom. Zap, der ist tot. Evasion, evasion, evasion. Ist eigentlich total angenehm. So ein bisschen hier, so ein bisschen da. Alter, wir haben einen 1,2k-Krit hingelegt. Bruder muss los. Ja gut. Ja gut. Thank you so much for helping me. I must thank the 12 gods for sending you. I'm sorry for not introducing myself. My name is Aron. I am in charge of protecting the temple. Alles klar. Nee, nee. Ja. Jupp. Defeat Goblin, Defeat Beak. Machen wir. Kein Problem, mein Freund. Machen wir doch gerne. Hier. Die nächsten haben wir natürlich auch. XP-Gain plus 10% für einen Tag. Ja. So, zap, zap. Haben wir den Buff jetzt schon. Ähm. Wir müssen auf jeden Fall mal was verkaufen. Das ist ganz wichtig. Warte mal. Der ist Level 2 und... 21, 23. Können ja mal hier mal ein bisschen rumgucken, ob wir hier irgendwie Goblins finden. Ja. Oder auch nicht. Hier sind nur Feuerfiecher. Ja. Ja. Hier ist nix. Hier ist nur wieder irgendwas mit sammeln und irgendeinem Emote. I don't know. Ja. So, zap. Nein. Das ist ein Roar. Ja. Oh, zap. Dumm ist es jedenfalls nicht, Madame. Guardian-Statuer. Ja, komm. Zerfetzen wir also mal. Boom. Goblin brauchen wir. Goblins. Wo seid ihr? Hallo, Goblins. Kommt zu Daddy. Was seid ihr hier? Guardian-Statuer. 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 Hier ist aber eine Kiste, die wir wieder nicht aufmachen können. Ich verstehe das Prinzip leider noch nicht ganz dahinter, wie wir die Kisten aufkriegen. Ach. So. Hier sind auf jeden Fall viele Mobs. Das erinnert mich irgendwie eher so an so einen Fun-Server, muss ich ehrlich gestehen. Ach. Wo du dich eigentlich unendlich hochgrinden kannst. Ach. Ja, anscheinend müssen wir wieder hochlatschen. Um dann irgendwie die Dinger fertig zu machen. Oder wir gehen runter. Wir gehen mal runter. Gucken uns das mal an. Ach ja. So. Schauen wir uns das mal an. Ah. So. Hm, hm, hm. Wo wir jetzt rausgekommen sind, sieht mir eher so nach einer Boss-Halle aus, muss ich ehrlich gestehen. Minotau. Sieht mir tatsächlich eher nach so einer Boss-Halle aus. WF-Boss. Das ist 29. Okay. Ah. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Weil wir sind erst Level 21. Ich sag mal so, wenn wir 25, 26 sind, dann können wir den vielleicht nochmal probieren. Na. Aber so jetzt gerade würde ich das ungern machen. Hm. Weil ich nämlich auch daran glaube, dass wir auf jeden Fall noch eine Quest dazu kriegen. Das war, ähm. Ja, 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 ja. Bla, bla. Ähm. Wir müssen auf jeden Fall hoch. Aber was ist denn Big? Big in Ruined. Okay. Keine Ahnung. Ja. Wir gehen einfach mal in die zweite Etage hoch. Das ist ein Raw. Das ist ein Guardian. Ähm. Ich brauche aber Goblins, meine Freunde. Ganz viele Goblins. Goblins, wo seid ihr? Hallo. Goblins? Hier sind auch wieder nur Guardians. Hier ist wieder eine Kiste, die ich nicht aufkriege. Hm. Wo können die sich versteckt halten? Der ist Level 42, ja. Hm. 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 Goblins, ja. Ah, hier sind Goblins. Wer suchet, der findet. Wer tötet, der verschwindet. Hm. Oh, zap. Boom. Zap. Erster Tor. Zweiter Tod. Dritter Tod. Vierter Tod. Fünfter Tod. Sechster Tod. Ah, oh. What's up. Ey. Oh, boom. Wir sind auf jeden Fall wieder Level up. Jawohl. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder einen Skillpunkt verteilen. Können wir den eigentlich noch weitern, ne? Der ist Max. Das heißt, den Level war, den Level war, den Level war. Jawohl. Das heißt, dann haben wir bald den nächsten gemaxed. So. 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 Jawohl. Zap. Der ist tot. Und der ist tot. Sehr schön. Das heißt, die Goblins haben wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch die Beak. Goblin. Jawohl. Avatar Ticket. Okay. Jawohl. Jetzt muss ich nur wissen, wie ich das auch einlöse. Oh, boom. Ah, wir sind vergiftet. Ja, moin. So. Das ist nur ein Guardian. Da ist wieder ein Dings. Wir brauchen den Beak. Oder Beak. Oder wie das Ding heißt. Sind das welche? Ja, das sind welche. Jawohl. Boom. Tschüss. War Rektor endlich. Tschüss. Boom. Zap. Jawohl. Gib mir XP. Die XP, die kann ich gebrauchen. 57% haben wir schon wieder. Das läuft auf jeden Fall. Brauche auf jeden Fall bald mal wieder ein neues Katana. Boom. Alter, 1030 haben wir reingescheppert. Ja, moin. Boom. Auch irgendwie mal offend-mäßig bräuchten wir mal was. Als zweitwaffel oder sowas. Aber da können wir auch noch später mal nachgucken, wenn wir mal wieder in der Stadt sind. Boom. 1.125. Das hat geschmeckt, Alter. So. Zap. Jawohl. Jawohl. Und komm. Und noch vier Stück müssen wir noch. Vier Stück. Und dann haben wir auch das fertige Tug. Ja, die und. Ja, doch, das geht noch. Let's go. Komm. Ja, noch drei Stück. Jawohl. Boom. Einfach getohltet dem Bruder. Boom. Komm. Auch to hit. Jawohl. Komm. Stehen geblieben, mein Freund. Einfach stehen geblieben hier. Boom. Und gewonnen. Tschüss. Jetzt heißt es, glaube ich, wir dürfen wieder komplett nach unten wieder reisen. Das heißt, wir müssen hier lang. Dann wieder nach oben. Dann hier lang. Dann rechts rum. Gerade aus. D. Den Boss, also den 42er, den möchte ich auch noch irgendwann mal machen. Ich glaube, wenn wir mal so, ja noch zehn Level drauf haben, also wenn wir so 32 sind, dann können wir den Boss mal probieren, ob wir den zusammengeschustert kriegen. So. Dann müssen wir auf jeden Fall hier einmal lang. Jawohl. So. D, D, D. D, D, D. Und jetzt müssen wir mal rechts rum. Wir haben das bekommen. Ja, ja, ja. Haben alles erledigt. Kriegen XP. Alter, fast 10.000 XP. Heilige Makrele. Das muss definitiv ein Level Up gewesen sein. Ja, sag ich doch. Level Up. Skills. Hier, Skill Info. Den können wir dann auch auf Master bringen. Jawohl. Das heißt, als nächstes machen wir dann den Zweihänder oder den hier. Strike an enemy with a formal change to inflict paralyzes. Change to inflict stun if a target is paralyzed. Haben wir auf jeden Fall drei Skills schon mal. Jawohl. So, wartet mal. P, Skills. Was macht der jetzt nochmal? Gut will weapon with both hands. Various stats are enhanced. The sub weapon is empty. Critical damage with a cutter greatly increased. Ja, nehmen das auf jeden Fall. So, bumm. Laufen dann mal nach oben. So, zap. Ah, fuck. Ja, hab ich mir doch schon fast gedacht, dass wir den aus dem Leben boxen müssen. Wir sind 24, eher 29. Wir werden auf jeden Fall alles rein prügeln, was wir haben. Und gucken uns das dann mal an. Ja, gut. The legend says a hoof monster appeared and tormented people around her after the cataclysm. Ja, ist gut. Er klaut das jetzt uns wahrscheinlich. War ja klar. Da ist wahrscheinlich der Minotaurus. Oder was auch immer das sein soll. No, the dragon is breaking was here. D-d-d-d. Ach, der Drache, den wir schon besiegt. Oder zumindest das Eiwasser besiegt haben wollten. Ähm, ja gut. Jetzt haben wir einen Drachen und den Minotauchen. Geil. Hm, hm, hm. Komm. Und zwar, da, da. Ja, machen wir. Aber nach einem kleinen Cut werden wir das auf jeden Fall machen. Hoffentlich. Level 32, willst du mich verarschen? Oh, boom. Ähm, ja gut. Dann halt nicht nach einer kleinen Pause. Hm. Oh, komm runter, mein Freund. Ah, oh. Ah, wartet mal. Ähm. Equip. Okay. Ah, ich bin in Combat. Geil. Ah, fuck. Komm, gib mir Mana, jawohl. So, komm. Mache Damage. Da kannst du noch gemütlich ein Rauchen, aufs Klo gehen und keine Ahnung was machen. Und am besten natürlich nicht überall drinnen stehen bleiben. Ja. 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 Oh, bomb. Zap. 1043. Aber da hat er auf jeden Fall gut, HP, der Bruder. Na. Na. Aber so langsam krippen wir auch mal ein bisschen. Na. So, zap. Fuck. Ja, unsere gute Dame, die geht auch fast drauf, weil die überall drin stehen bleibt. Zap. Komm. Mach doch was. Zap. Mach doch Damage, me lady. Ja, toll. Jetzt bin ich alleine gegen ihn. Geil, ey. Ich habe auch nur ein Skill zur Verfügung. Das ist ja witzig. Fuck. Komm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. 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 Ah, sie lebt auf jeden Fall wieder. Das ist gut. Jo. Zap. Haben wir uns auf jeden Fall nochmal gebufft. Ah. das sollte auf jeden fall man auch wichtig gewesen sein sonst noch mal hochgebracht haben ich dachte ich musste jetzt den boss halt komplett alleine machen das wäre absolut eklig gewesen richtige party mucke und da ist der minotau kaputt jawohl story mission knack da hat mein nacken einmal ramba zamba gemacht so er verschwindet wieder die kommen auch wieder report topino jawohl ja lasst uns raus so wartet mal aber ich habe ja jetzt hier definitiv wartet mal equipment subweapon so was habe ich hier nix auch nix da habe ich auch nix neues aber wir gucken noch mal hier rein text biet fünf prozent du sports vor übrigen ok kann ich jetzt hier links oder was oder was macht auf jeden fall mehr schaden als vorher aber irgendwie get combo back to skills dahin skill info nein wir nehmen auf jeden fall mal agi jawohl schiff mensch gut wartet mal wer woche ich wollte hier hin wie ja und dann gehen wir einmal die quest ab und dann macht man auch schon mal feierabend würde ich mal sagen oder wartet mal was habe ich denn hier eigentlich alles ob als erstes gehen wir auf jeden fall mal verkaufen weil es bevor ich hier irgendwas mache will ich mal was wissen equipment gladius wenn ich jetzt wieder das katana an sie habe ich dann wieder ein skill jetzt habe ich auch wieder ein skill ok skills get combo if you obtain combo you can use a lot of skills more easily 1 2 3 3 4 ok wenn ich den you can purchase at lidl keine ahnung was wir gehen auf jeden fall einmal hier hin quest der hat ein paar für uns für new snack nee no so zono war das mhm 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 so jajaja blabla so renti quit so general store next buy items petalus beim pet cage ok sell items das brauche ich nicht warte mal das brauche ich nicht das brauche ich nicht sell complete jawohl 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 ähm das kann ich verkaufen jawohl das kann ich noch verkaufen jawohl nein ein kein mhm, mhm, mhm. mhm. Savepoint, Sawyer, Iron, Petcage, okay. mhm, 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 mhm. Scarrow, Sawyer, keine Ahnung was. mhm, mhm, so. Du bist Venus, Zono, Board, Underground, Government, Blacksmith, Zenitist, okay. Äh, let's be friends, äh, ja, meinetwegen. Oh, zapp, von mir aus. Ah. Von mir aus können wir Freunde sein. Ja, so, Default, Zetgings, oh. Ich mach schon wieder Randale hier. So, zapp. Ja. Zapp, Pino. DDD, 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 DDD. Wir kriegen Mana-Jam und alter, 17.000 XP. Heilige Makrile. Ja, direkt Level 26, jawohl. Boom. Ähm, Skills. Boom. Skillinfo 1, mhm, 2, und 3, jawohl. Lilo, Lilo, Lilulus. Lilulus. Mmh. Um. Monofokus, Skills Level 2, not released. You can purchase at lilulu. Wo ist lilulu? Quests. What's up? Jawohl. Skillpunkt, ja. Kombo-Punkt mal 2, ja. 10% xp für einen Tag. Ja, ist doch auch mal ein bisschen was. Tab, Stats. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal. Stärke increase physical damage attack power a little. Das heißt, Stärke brauche ich auch. Definitiv. So. What's up? Warte mal. Build character. Dex. Was macht Dex? Raise Dex to increase physical power and carry raids. Okay, also Dex is attack speed. Aggie. Okay, naja, irgendwie so in der Art. So, die hat auch nochmal noch was für uns. Go to Equal Lake from Ruin Templetown. Okay. Ja, machen wir mal dann. Aber wir machen hier jetzt auf jeden Fall dann Feierabend. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich wieder dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Macht es besser. Und Tschüss.